Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es wieder ein Tutorial und zwar geht es darum, wie man etwas Textur-Arbeitsspeicher sparen kann. Das bedeutet, ihr ladet mehrere Texturen in den GPU-Speicher oder in euren Arbeitsspeicher und werdet schnell merken, umso größer die Texturen sind, umso schneller wird der voll und Cycles bietet auch keine Möglichkeit, das zu verhindern. Im Moment ist es noch so, dass jede Textur einfach so wie sie erst reingeladen wird. Und wenn ihr viele Texturen benutzt, 100 könnt ihr zum Beispiel gar nicht benutzen, dann würde eure Arbeitsspeicher explodieren. Deshalb ist es gut, wenn man etwas sparen könnte. Eingefallen ist mir das Ganze, weil ich diesen Shader hier gebaut habe und unter einer anderen Szene arbeite, wo ich keine großen Maps benutze, aber dafür viele. 3000 zum Beispiel. Ich weiß noch nicht, ob es 3000 werden, aber Ende 1000 auf jeden Fall. locker. Das ist hier ein simple Holz-Shader für Zugr-Master von Blendpolis. Der Shader ist auch gar nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass ihr Texturen benutzt und in diesem Fall drei Texturen. Deshalb passt es gut. Und aufgefallen ist es mir auch, weil die Texturen ziemlich groß sind. Der hat auch Zugr-Master in der Arnold-Wiki irgendwo aufgestöbert. sind ziemlich High-Quality. Allerdings auch groß. Also gehört dazu. 6000 x 6000 oder eine hat 5000 x 5000. Also die verbrauchen schnell euren Arbeitsspeicher. Und wenn ihr, besonders wenn ihr per GPU rendert, dann werdet ihr wahrscheinlich wissen, dass es dort nicht viel Arbeitsspeicher gibt. Also vier Gigabyte oder sechs vielleicht. Maximal mehr werdet ihr da wahrscheinlich nicht haben. Eher weniger. Vielleicht nur zwei und so. Und wenn dann schon ein Gigabyte nur für drei Texturen draufgehen, ist das schon nicht so lustig. Oder ihr habt eben unter acht Gigabyte normalen Arbeitsspeicher oder so eine Sachen. Gut. Wie gesagt, ihr müsst einfach nur Texturen benutzen, wie man das oft macht. Also wir gucken uns erst mal die Texturen an. Und das ist hier die Colour-Textur und uns fällt auf, wenn wir hier mal drüber halten, seht ihr unten wieder hier den schwarzen Balken. Bei AGB sind immer unterschiedliche Werte, ja. 12 9 4 1 und 0 0 7 8 bla 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 und so weiter. B. 0 0 4 7 0 6. Immer unterschiedlich. Deshalb kommt ja die Farbe zustande. Jetzt gibt es aber hier auch noch zwei andere Texturen. Nämlich einmal die Bump Map. Die ist einfach nur schwarz-weiß, also eine Graustufen-Map. Und wenn wir jetzt gucken, sehen wir die ja bei R, G und bei B immer denselben Wert. Überall. Das haben Graustufen-Bilder so an sich. Und auch die Roughness Map ist eine Graustufen-Map. Hat auch überall denselben Wert. R, G und B. Deshalb bin ich auf die Idee gekommen, wir können einfach diese Maps, die nur einen Wert brauchen, einfach in einen Kanal stecken von einer anderen Textur. Also wir haben ja R, G und B zur Verfügung. Und jetzt stecken wir zum Beispiel die Roughness Map bei R rein, weil die braucht ja nur einen Wert. Und bei B zum Beispiel die Bump Map. Und G lassen wir jetzt mal frei. Da könntet ihr natürlich etwas anderes noch reinstecken, was ihr wollt. Und dazu komme ich auch kurz. Alle Nodes, die hier so einen grauen Input haben, brauchen nur einen Wert. Roughness braucht eben nur einen Wert. Color, damit ihr Farbe bekommt. Nicht nur schwarz-weiß, braucht ihr mehrere Werte. Bump Map, Strengths und so weiter braucht eigentlich alles nur einen Wert. Hier bei Mix auch. Wenn ihr zwei Texturen oder zwei Shader mixt, reicht eine schwarz-weiß-Map. Und die könntet ihr zum Beispiel bei G reinpacken. Oder ihr baut euch das Ganze zweimal. Und habt dann insgesamt sechs Maps, wofür auch immer. Gut. Dazu braucht ihr natürlich die Maps. Ich werde jetzt hier... Was ist hier los? Na, na. Okay, jetzt geht's wieder. Ich werde einfach diese Maps hier benutzen, als Beispiel. Und ich zeige euch, wie ihr die in GIMP erstellen könnt. Zuggermaster hat die mir auch in Photoshop erstellt. Wird mir zur Verfügung gestellt. Die sieht dann so aus. Da war der... Also das Bump Map ist bei B, Roughness Map ist bei R und der andere Channel ist wahrscheinlich schwarz. Ich habe eine zum Testen erstellt. Die sah so aus. Dort war bei Roughness bei R, Bump bei G und der andere Channel bei Weiß. Die Farbe und so spielt gar keine Rolle. Wichtig sind nur, dass die Werte stimmen. Der letzte Wert ist eins. Also war der B-Channel Weiß. Gut, denn dazu werde ich einfach mal hier GIMP, habe ich schon geöffnet. Ihr ladet euch einfach hier diese Texturen rein. Vielleicht auch noch eine dritte. Als Layer und dann geht ihr einfach auf Colors, Components und Compose. Und hier könnt ihr euch aussuchen, erstmal in was ihr es reinsteckt. Wir bleiben bei RGB. In den Alpha Channel solltet ihr nichts reinpacken. Damit kann Cycles irgendwie nicht so gut umgehen. Aber das habe ich noch nicht so ausprobiert, nur gelesen. Aber es reicht ja auch erstmal drei. Dann suchen wir uns aus. Das hier ist schon die Roughness Map. Lassen wir bei R. Bei G packen wir gar nichts rein. Einfach lassen wir ruhig weiß. Egal. Und bei Blau packen wir die Bump Map rein. Okay, und dann klicken wir einfach OK. Und schon seht ihr, wie diese Map aussieht. Fertig. Einfach unkomprimiert abspeichern. Und in Blender laden. Das war's schon. Und das könnt ihr für alles machen. Wichtig ist auch noch, dass ihr alle gleich großen Maps benutzt. Also nicht eine 512er und eine 2048er oder sowas mixt. Weil das passt ja nicht mehr mit eurem UV-Layout oder einer anderen Mapping-Art. Gut. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Also das ist hier die Szene, ja. Das ist einfach nur eine Plane und eine Kamera. Mehr ist es nicht. UV-Editor. Okay. Und ich rendere jetzt einfach mal mit drei Texturen. So. Und da wird einfach nur dieser Shader gerendert hier. Das Gamma hier braucht ihr nicht zu beachten. Das ist einfach nur, weil diese spezielle Roughness-Map sieht besser aus, wenn es auf Color gestellt ist. Allerdings sieht die Bump-Map auf Color nicht so gut aus, sondern auf Non-Color. Und ich habe es auf Non-Color gelassen. Das bedeutet aber, wenn wir das in einem Map stecken, können wir es nur einmal aussuchen. Und ich habe mir für Non-Color entschieden. Und deshalb habe ich die Roughness-Map mit Gamma etwas dunkler gemacht. Dann passt die wieder einigermaßen. Könntet ihr auch im 2D-Programm machen, dann spart ihr euch wieder Renderzeit. Aber dafür ist die Gamma-Note da. Gut. Dann werde ich jetzt einfach mal... Machen wir mal sieben Samples. Und den rendere ich einfach mal. Und worauf ihr achten solltet, das Bild ist erstmal nicht so wichtig. Hier oben, bei Peak, seht ihr 482. Alle Maps zusammen, ist noch eine HDR-Map drin, die verbraucht auch noch Speicher. Verbraucht alles 482 MB. Verbraucht noch ein bisschen mehr im Tastmanager, aber das ist alles nicht so wichtig. Wichtig ist diese Zahl hier erstmal, 482. Die merkt ihr euch mal. Jetzt switche ich mal auf den anderen. Und stelle einfach auf den Shader hier unten um. Dieser Shader hat nur zwei Texturen. Die Diffuse bleibt gleich, ist klar. Und das ist hier unsere selbst gebastelte Bump- und Roughness-Textur. Wie kommen wir an diese einzelnen Kanäle? Dazu benutzen wir einfach diese Note hier, Separate RGB. Und verbinden die korrekten Channels mit den korrekten Eingängen. R für Roughness und B für Bump. Mehr braucht ihr nicht. Nehmen wir einfach nur eine Zerteiler-Not. Und dann werde ich das Ganze mal rendern. Und wie ihr schon seht, steht hier oben nur noch 387 MB. Also so 100 MB weniger. Das ist nur eine Map. Also hier werden nur drei Maps benutzt. Wenn ihr eine wegnehmt, habt ihr schon 100 MB weniger bei der Größe. Und jetzt stellt euch vor, ihr nehmt fünf solche großen Maps, warum auch immer. Dann sind es mal locker 500 MB weg, sogar noch mehr. Weil ihr ja mehr Maps speichern könnt in einer. Also ihr könnt locker einen halben Gigabyte sparen. Und bei GPU-Rändern ist es wichtig, denke ich. Oder wenn ihr sehr viele Texturen benutzt. Ja, das ist eigentlich schon alles. Zusammenbauen. Auseinandernehmen. Verbinden. Und dann könnt ihr etwas Speicher sparen. Jetzt natürlich gibt es ein kleines Problem. Allerdings ist es ja nur ein kleines Problem. Ich habe die Bilder mal mit mehr Samples gerendert. Da sieht man es besser. Und wir achten mal hier auf diesen Ast. Achtet mal besonders hier auf dieses weiße Pünktchen. Wenn ich jetzt auf die andere Ränder, ist der nicht mehr da. Also da ist kleiner. Das sieht ein bisschen anders aus. Und wenn wir mal hier so gucken. Es sieht ein bisschen anders aus. Obwohl es ja eigentlich dieselben Werte sind. Also ich denke mir, dass es was mit der Interpolation zu tun hat. Weil es wurde zuerst interpoliert. Wahrscheinlich alle Kanäle. Und dann auseinandergenommen. Deshalb kommt da ein kleiner, etwas anderer Wert raus. Ist aber kein großes Problem. Ich meine, bei dem Holz fällt es niemals auf. Ob da nun die drei Punkte dort sind. Oder nicht mehr dort sind. Es sieht trotzdem noch nach Holz aus. Ja, also das sind bis jetzt die einzigen Probleme, die ich gefunden habe. Wie gesagt, die Maps müssen gleich groß sein. Weil ihr immer dasselbe Layout... Ihr habt hier nur ein UV-Layout zum Beispiel. Oder einmal Objekt-Mapping. Was auch immer ihr für ein Mapping benutzt. Ansonsten funktioniert es ganz gut. Ja. Das war es dann wieder für heute. Bis zum nächsten Tutorial. So. Untertitelung des ZDF, 2020